Diese Stimmen sollten besser schweigen. Diese Stimmen will niemand hören. Doch diese Stimmen lassen sich nicht abstellen. Und niemand, der sie hört, kann sich davor verstecken. Denn es sind Hilferufe seiner eigenen kranken Seele. Und schon wieder ist was Neues von mir draußen. Ja, wieder eine neue Free-EP von THSCK. Das hier ist echter Hardcore-Shit, den ich euch bring. Die Tracks entstanden durch der Hilfe meiner kranken Kopfstimmen. Ich verlager meinen Hass und Zorn in meinen Rap. Ich zeig euch meine kranke Seite. Hier in jenem verfickten Track. Ich nehm kein Blatt vor meinen Mund. Aggressiver Rap befreit mich von meinen verkackten Zorn und dem untergefickten Leid. Wisst ihr, was ich mein? Vieles macht mich krank. Mir geht es zur Zeit kacke. Wenig Spaß und wenig Geld auf Bank. Also lasse ich es raus. Mit den kranken Zeilen hier. Ich bin kein kranker Mörder. Sondern wär mich mit Stift und Papier. Yeah. Bezieht euch die Scheiße hier rein, Alter. Tasek One. Schatten-Web-Entertainment. Yeah.